Johnny Blaze. Niemand hat je zuvor eine solche Entfernung übersprungen. Fast 100 Meter über ein ganzes Football-Feld. Was geht dir in diesem Moment durch den Kopf? Du siehst echt stark aus. Ich hatte Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Du musst einen Engel haben, der auf dich aufpasst. Vielleicht doch was anderes. Man sagt, er hat sich auf einen Deal eingelassen, um jemanden zu retten, den er liebte. Tagsüber soll er ein normaler Mensch sein. Aber nachts, im Gegenwart des Bösen, wird er zum Rider. Du wirst der Rider sein, solange du lebst. Ich werde es nicht tun. Du hast keine Wahl. Du verdienst eine zweite Chance. Blackheart will die Hölle auf Erden und du hast die Macht, die er braucht. Halt dich von jedem fern, den er gegen dich benutzen könnte. Roxanne. Bedeute ich dir überhaupt nichts? Du musst sofort gehen. Ich werde nirgendwo hingehen. Jeder Mensch, der seine Seele für die Liebe verkauft, hat die Macht, die Welt zu verändern. Ich kann deine Angst riechen. Ich werde diesen Fluch gegen dich einsetzen. Nein! Er hatte so einen rattengeilen Chopper, richtig mit Feuer und so. Und sein Gesicht war ein Schädel. Der brannte. Der brannte? Ja, so. Suchst du jemanden? Ich bin der einzige Mensch, der in beiden Welten zu Hause ist. Ich bin Ghost Rider. Geht's dir gut? Ja, fühlt sich an, als ob mein Schädel brennt. Aber sonst gut. Geht's dir gut. Geht's dir gut. Geht's dir gut. Untertitelung des ZDF, 2020